Also wir bei Mephito vermessen in erster Linie Füße und Produkte, Schuhe, die wir danach eben in der optimalen Größe dann zusammenbringen, Kundenfuß und Kunden mit Schuhen. Wir helfen damit sowohl im Onlinehandel Retouren zu vermeiden und eben dem Kunden ein neues Einkaufserlebnis zu vermitteln und auf der anderen Seite auch im stationären Handel richtige Skischuhe, richtige Wanderschuhe zu finden, Laufschuhe zu finden in der optimalen Größe, sodass man beim Sport eben auch die beste Passform hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017